Der Italiener aus dem Mariani World Team setzt sich an die Spitze. Start Nummer 9. Sie misst sich leider falsch rum, aber die 9 und die 6, wenn man so rumtritt, sind ja auch sehr nah beisammen. Das sind schon riesige Abstände dazwischen. Das sind natürlich dann auch Sekunden. Und wir achten auf die Zeit für den Giuseppe Bramante. Die Zeit ist 46.26. Das ist das heißt, dass wir uns in den letzten Jahren wiederholen. Also, wir sind in den letzten Jahren wiederholen. Das ist das Siege. Das ist das Siege. Das ist das Siege. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Untertitelung des ZDF, 2020